Der Sieger 2012, Silbermedaille in Rio, an diesem Gerät, am Boden war er kraftvoll, ist jetzt an den Ringen auch viel freich. Ich glaube, bei der Übung braucht man gar nicht viel kommentieren. Genießen Sie das einfach. Ich glaube, bei der Übung braucht man gar nicht viel kommentieren. Ja, also wie gesagt, kann man es unkommentiert zu lassen, war eine perfekte Übung. Er ist nicht ohne Grund Olympiadsieger, 2012.